So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Folge Max Out Monday. Ich werde wieder Pokémon maxen auf Level 50, Voraussetzung, ich habe ein 100%iges und genügend XL Bom-Boms. Um es zu maxen, dafür habe ich mir wieder einen Titel Pokémon ausgesucht und nehme 5 Vorschläge von der Community, die ihr fleißig kommentiert habt, unter das letzte Max Out Monday Video. Eigentlich würde ich gerne natürlich Viridium maxen. Ich habe auch über 1000 XL Bom-Boms, glaube ich. Wir können mal kurz reingucken. Viridium, so, 1121 XL. Aber ich habe keinen 100er, deswegen, es ist nicht mehr in Rates, mein Plan. Alle weiteren Glücks-Trades, die ich mache, jetzt, die nächsten Tage, werden mit Viridium sein, bis ich irgendwann ein 100%iges habe. Dann wird das auch gemaxed. Terrakium, kann ich euch gleich nochmal zeigen, brauche ich nicht mehr maxen. Ich habe mein 100%iges auf Level 50. Und Cobalium ist ja momentan noch in den Rates. Ich habe ein 100er auf Level 40. Das möchte ich auf 50 machen, habe noch nicht genügend XL. Das ist ja noch ein paar Tage da. Am Mittwoch ist nochmal die Raid-Stunde, Raid Mania. Da werde ich den Rest sammeln, sodass das wahrscheinlich das Titel-Pokémon nächsten Montag ist. Und so lange habe ich Zeit, noch ein 100er Viridium zu bekommen. Und dann ist dieses Trio auch komplett. So. Jetzt möchte ich aber erstmal rein. Ich möchte mal hier eingeben, 4 Sterne und... Guck mal, 4 Sterne und Porenda mit Weiterentwicklung dazu. Denn ich habe gedacht, ich möchte eigentlich alle Regionalen aus der ersten Generation erstmal fertig machen. Was ist aber passiert? Ich bin die ganze Zeit mit diesem Porenda gelaufen, wollte das auf Level 50 ziehen. Und dann kam mir der Gedanke, warte mal, warte mal. Es gibt doch auch das Galaporenta. Und das hat ja auch eine Weiterentwicklung mit Lauchzelot. Jetzt kann ich also die Regionalen aus der ersten Generation gar nicht fertig machen und auf 50 ziehen. Weil eigentlich müsste ich ja die Endentwicklung erstmal maxen, dass ich mit dem größten, besten, stärksten fertig bin. Ein normales Porenda würde also auf 1397 kommen. Ein Galaporenta auf 1800. Aber wir maxen heute einfach dieses Lauchzelot auf 3375. Und das ist brutal. Ich bin 300 Jahre damit gelaufen, sozusagen. Nur um es jetzt für ein anderes Pokémon auszugeben. Jetzt sehe ich gerade, das erinnert mich ein bisschen an Austin Theory von der WWE. Seht ihr die Augenbrauen? Das ist Austin Theory von der WWE. Das ist aber trotzdem mein Pokémon, mein Titel-Pokémon. Für heute sollte was Besonderes sein. Gefühlt dadurch, dass es jetzt Lauchzelot ist, fühlt es sich für mich nicht mehr so besonders an, als wenn es Porenda wäre. Obwohl Lauchzelot doch eigentlich auch selten ist und brutal ist. Gibt bestimmt welche, die dieses Video sehen und noch nicht mal einen Lauchzelot haben. So, das ist also mein Titel-Pokémon. Das lassen wir mal so stehen. Der ist jetzt auf Level 50 gepusht. Und jetzt gehe ich hier raus und gucke mir die Kommentare an unter dem letzten Video. Was ich lustig finde, wir haben 301 Aufrufe. Also 301. Da ist eine 3 und eine 1, weil eine 0 ist keine Zahl. Also 31 Aufrufe. 31 Likes. 31 Kommentare. Soll mir das was sagen? Ich weiß es nicht. Wir gehen jetzt mal hier drauf auf Neueste zuerst. Gehen nach ganz unten und schauen uns jetzt 5 Vorschläge von euch an. Yuga Naut hat geschrieben. Kannst du einen Shiny 100er leveln? Diese Vorschläge finde ich an sich eigentlich immer doof, weil das ist halt einfach viel zu allgemein. Ich fände es schöner, wenn man einfach einen, direkt einen Namen sagt von einem Pokémon. Weil wir nicht so sind. Müssen wir jetzt aber mal rein. Geben 4 Sterne und Shiny ein. Und schauen mal, ob wir hier was drin haben, was wir noch maxen können. 50, 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 50. So. Ist also nicht mal möglich. Es gibt kein 100% Shiny, was ich maxen kann, weil alle 100% Shinies, die ich habe, sind schon gemaxt. Seht ihr auch mal? Welche 100% Shinies ich habe? Und ich sehe schon den Nächsten, der sagt, hey, max doch mal ein Shiny Garados. Ohne Worte. So. Oh, das könnte ich sogar mega entwickeln, kostenlos. Gehen wir mal zu Miku, Mr. Juggernaut. Gehen wir mal zu Miku. Meine Vorschläge wären, Mundtier, Willi, Moterbel, Tandrak. Mundtier, Willi, Mundtier, Willi. Ach, wir geben einfach das erste ein und sehen hier, den Luis haben wir schon gemaxt. Hier ist ein Mundtier. Maxen wir einfach das Mundtier hinterher. Normalerweise möchte ich ja immer N-Entwicklungen, aber ich habe ja die Regel eingeführt, sagt einfach irgendwas. Wir gucken nach der N-Entwicklung und wenn die schon ist, machen wir die Vorstufe. Aber das hat dazu geführt, dass die Leute jetzt statt N-Entwicklungen gleich direkt nur Vorstufen angeben. Und naja. Sollen wir trotzdem den ersten Punkt aus der Community? Ein Mundtier. Level 50. Level 50. Wex. Hier. Hat gepasst. 2.225. Das heißt, die restlichen Vorschläge gucke ich mir gar nicht erst an, sonst wäre es ja fies, wenn einer 4 hat und ein anderer gar nicht. Jetzt kommen wir zu Nick. Ich schlage Dickdry, Pixie oder Lepomendas vor. Dickdry, Pixie, Lepomendas. Dickdry, wir haben hier dieses Hut auf 50, wir haben das, das Alola haben wir gar nicht auf 50. Wenn wir eins mit Hut haben, müssen wir auch eins mit Hahn machen. Also dann nehmen wir das und pushen das jetzt auch und dann sind wir mit Dickdry schon zweimal auch durch. Machen wir auch den Level 50 Batch dran. Kommt das genauso hoch? 21,45 zu 17,72. Das heißt, unser Alola kommt viel höher als das. Das ist Bodenstahl, das ist nur Boden, aber das hat einen Hut auf das nicht, das ist Tare. Aber, zweiter Vorschlag, hat funktioniert. Grüße an Nick, das geht raus. Jetzt Baloo. Baloo sagt, Glumanda, Bisasam, Schillok, machen wir die Stader voll. Toheido, Hybo, 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 Tu das. Ja komm, er hat zuerst Glumanda gesagt. Also, gucken wir mal nach Glumanda. Dann sehen wir, Glurak ist auf jeden Fall schon gemaxed auf Level 50, wo da gar nichts dran steht. Mann, 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 Ramse. Was machst du denn wieder? So, 50 Megamax. Guck dir das an. Der auch, ja, den habe ich mal so zwischendurch einfach gemacht. Bevor wir zu Glumanda kommen, sollte man vielleicht Glutexo machen. Also würde ich sagen, wir pushen einfach Glutexo und dann haben wir Glutexo auch fertig. Das heißt, er kann immer noch Glumanda vorschlagen. Leider Gottes. Das wollte ich nie machen. Ich wollte die Endstufen alle erstmal auf 50 haben, bevor wir mit Vorentwicklung anfangen. Aber gut, machen wir halt Glutexo mit 1868. Das war Baloo. So, jetzt haben wir Miku, Nick, Baloo. Zwei Vorschläge sind noch offen. Genaya sagt, kannst du dein 100er Kabalores, Kabalores nennen? Kabalores, Kabalores. Gucken wir mal nach Kabal. 100er Kabalores. So. Kabalores. Passt, Kabalores, fertig. So, warum das Lores jetzt heißt, das wisst ihr vielleicht, wenn ihr mal guckt, was wir so die ganze Woche machen. Ich schlage Shilok vor, Suzuku, und freut sich noch mit einem riesigen XD. Mann, Mann, Mann. Wenigstens schlägt er nicht Shiggy vor, sondern Shilok. Das heißt, wir geben trotzdem Shiggy ein. Shil. Sehen also. Tour Talk ist schon fett. Shilok ist nicht fett. Shiggy mit Sonnenbrille? Ist sowieso schon Level 50. Das haben wir, glaube ich, letztes Mal gemacht. Naja, dann ist ja klar, dann fehlt ja nur noch Shilok. Also Shilok noch, Maxen, und dann ist Shilok auch auf 50. Und damit ist also die Shiggy-Reihe komplett. Da hat jemand aufgepasst. Besser als ich selber. Aber die Glumanda-Reihe noch nicht. Aber egal. Shilok 50, 1692. 1069, 1682. Naja, wer 90 sagt, der kann wohl nicht lesen. Ein Vorschlag ist immer noch übrig. Jetzt kommen die Schenaya. Wenn das nicht klappt, dann... Wie, wenn das nicht klappt? Der Namen umbenennen klappt doch trotzdem. Wenn das nicht klappt, dann... Forstelka, Panzer-Eron, Ilumise oder Capuno. Gucken wir mal nach Forstelka. 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 Wir haben Forstelka hier drin. Aber... Oh, das klappt nicht. Wir haben nicht genügend XL. Und deswegen können wir auch kein Forstelka-Maxen. Aber da steht ja noch Panzer-Eron. Ich glaube, Shinaja ist die Erste, die keine Vorschläge findet, die passen. Panzer-Eron. Ich grüße sie. 104, das passt auch nicht. Shinaja tritt schon zweimal in den Futter-Napf. Ilumise oder Capuno? Ilumise. Das wird ja doch nochmal spannen. Ilumise. 53 XL. Na, die Schatz. So, aber sie hat ja immer noch Capuno. Was ist denn Capuno? Wie sieht denn das aus? So, Capuno. Hammer. Welche? Auf 50. Von die Triggephalos. Wir haben hier ein Duodino. Verdammt nochmal, der ist auch auf 50. Und wir haben Capuno. Dann müssen wir jetzt dieses Capuno auch auf 50 pushen. Und dann ist die Capuno-Familie auch voll. Oh mein Gott. Damit ist es aber trotzdem auch schon der letzte Vorschlag gewesen. Fünf Vorschläge aus der Community. Ein Titel-Pokémon von mir. Wenn ihr nicht dran wart, nicht verzagen. Schreibt eure Vorschläge weiter drunter. Denn irgendwann kommt ja trotzdem der Punkt, dass unter den ersten 10 niemand dabei ist, der was findet, was passt und was man machen kann. Weil dann schon wieder alles gemacht ist. Jetzt haben wir auch hier die ganze Familie voll mit Capuno. Eins, zwei mit Duodino. Zwei, sieben und mit Triggephalo. Vier, neun. Also, das sieht auf jeden Fall gut aus. Guck, hier nochmal rein. Danke also an den Rest. Das waren alle Vorschläge. Und das war es auch von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Wie gesagt, macht Vorschläge unter dieses Video. Und das nächste Titel-Pokémon. Nächste Woche wird wohl Cobalium sein. Ich habe 200er. Aber ich werde nur eins maxen. Ich freue mich auf Mittwoch. Raid-Stunde. Die restlichen XL zu holen. Jetzt habe ich auch für 12 Uhr den Raid angesetzt. Ich habe noch 14 Minuten Zeit. Ich gehe los. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Ciao.